Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute gibt es mal etwas ganz anderes. Ihr seht ja Wasser, Mecklenburger Seenblatt, das sagt euch sicher etwas. Und ich möchte euch heute mit einigen romantischen Bildern und vor allen Dingen Tönen hier aus Mecklenburg verwöhnen und ich hoffe, ihr habt auch daran euren Spaß. So, wenn ihr euch mit ein paar Zeit und dann geht es euch mal wieder auf den Tag. So, ich möchte euch heute mit einem Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020